was dazu noch sagen wollte das zeug schmeckt echt lecker scroll also das getränk von wahren ehrenmann mal nichts alkoholisches das ist echt lecker schuldigung mundfusselig geredet aber ohne kamera war es auch nicht so einfach man bedient ja alles alleine also tschüss freunde ich hoffe dass die ameisen gedeihen wir wollen euch darüber unterrichten und auf dem laufenden halten bis jetzt haben sie nicht viel großartige schwierigkeiten gemacht futter ist nicht erwähnenswert vielleicht ist es ja ein bisschen klein das terrarium ich meine wir haben noch ein ganz großes aber dann sehen wir die ameisen nicht mehr wir sind uns doch noch nicht so sicher also tschüss freunde bis zum nächsten mal und liken wäre mal schön abonnieren wäre auch schön aber liken wäre noch viel wichtiger tschüss und ein paar kommentare bitteschön